Alte Weisheiten Alte Weisheiten sind auch heute noch von großer Bedeutung. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen gerne denken, dass heute wir mehr wissen als vor zehn Jahren und vor zehn Jahren wussten sie mehr als vor 20 Jahren und so weiter. Auf der einen Ebene stimmt das ja. Über Naturwissenschaft und Biologie und über Computer und Technik weiß man heute mehr als früher. Aber das, worauf es im Leben ankommt, Weisheit, hat sich wenig verändert. Alte Weisheiten sind bis heute wichtig. Und es ist gut, sich mit alten Weisheiten zu beschäftigen, alte Weisheiten immer wieder zu lesen und zu schauen, was sagen uns alte Weisheiten für heute.